So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokemon Go, eine Infofolge oder eine Abschiedsfolge, eine Trauerfolge, eine... Ich weiß nicht, was ich von halten soll. Ich war auf jeden Fall jetzt nicht da, gestern gar nicht da, sonst was. Ich habe gerade nur Rumrennerei, Umzugsstress, alles sonst wie. Deswegen gab es gestern auch keinen Stream. Und dann sehe ich schon, die Leute posten in den Gruppen überall alles voll mit einer Limitierung von Fanrate-Passen. In den Data-Minds wurde wieder was gefunden. Wie verlässlich ist das? Kann man da drauf vertrauen oder auch nicht? Ja, ist doch eine Quelle, die verlässlich ist. Muss was dran sein. Dann, Spiele-Trend hat jetzt ein Video drüber gemacht, hat dazu was erklärt, dass auch im Spiel selber wohl was gefunden wurde, eine Anzeige da war. Für kurze Zeit bei den Fanrate-Passen, dass da eine Zahl dran stand, also ein Platzhalter war, aber in Klammern mit einer Null, die man dann beliebig ersetzen kann. Also es wird wohl so sein und darauf hinauslaufen, dass Fanrates limitiert werden und das ist das große Thema heute. Denn ihr habt mich gestern schon angeschrieben und gesagt, Ramses, hast du das gehört? Ramses, was ist deine Meinung dazu? Ramses, sag was dazu. Und ich muss jetzt schon sagen, wenn das wirklich so kommt, dann ist das für mich im Prinzip der Tod des Kanals. Der Tod meiner Person, der Tod für alles. Und das nicht, weil ich ein faules Schwein bin, der keinen Bock hat, vor Ort zu raiden. Sondern einfach nur, weil es mir dann die Möglichkeit nimmt, mit meinen Freunden zu raiden, dass immer wieder das Problem ist, wenn du irgendwo wohnst, in einer kleinen Stadt oder auf einem Dorf oder sonst was und es spielt einfach wirklich niemand, niemand, keine Sau spielt mehr. Du kennst aber überall auf der Welt, irgendwelche Leute, hast da eine Community, alles so zusammen, die haben alle Bock, wenn du einen Raid hast, postest du den und lädst die ein. Wenn die einen Raid haben, posten die den, laden dich ein. Und wenn ihr zehn Leute seid und jeder will seinen Pass verbrauchen und jeder lädt alle anderen ein, dann machst du ja theoretisch zehn Raids am Tag. Und das ist schon zu viel, gerade wenn ein richtig krasser Raid-Boss da ist, wie jetzt Requaza kommt ab heute in die Raids. Da folgt dann auch noch der Community-Raid, dann folgt noch die Raid-Mania heute Abend, morgen gibt es Raids für Zuschauer und das ist das nächste Ding. Was bedeutet das denn, wenn Fan-Raids jetzt limitiert werden, wirklich? Fan-Raids sterben aus, sind tot, aktive Spieler werden bestraft, Raid-Mania ist nicht mehr möglich, sozusagen. Und Raids für Zuschauer wird auch theoretisch vor die Wand gefahren. Das sind wichtige Punkte, die jetzt mir durch den Kopf gehen und ich einfach von Niantic nicht verstehe, warum, was für einen Grund gibt es denn bitte, dass Niantic jetzt zu solchen Mitteln greift? Denn Niantic ist ein Unternehmen, das möchte Geld machen, das muss sich am Leben erhalten, das muss alles finanzieren, die Surfer, sonst was, alles muss instand gehalten werden. Da braucht man Geld, man will da noch mehr Geld scheffeln. Haben sie jetzt zu viel Geld, haben sie so viel Geld, dass sie sagen, eigentlich sind wir fertig, wir sind durch mit allem, aber wir können das ja so ehrenamtlich noch am Leben erhalten, aber dafür machen wir alle Strenge zu und sagen einfach, okay, ihr könnt noch ein bisschen spielen, irgendwas machen, aber auf euch sind wir eigentlich nicht mehr angewiesen, ich verstehe es nicht. Manche Leute werden sagen, das betrifft die gar nicht, die haben eh keine Coins, die spielen Free-to-Play, die laden nicht auf, die haben dann vielleicht in der Woche einen Fan-Raid, den sie machen, nutzen in der Woche einen normalen Pass, den Daily Pass, um mal einen Raid zu machen und ersparen sich einen Fan-Raid-Pass, damit sie den aktuellen Raid-Boss, der in einer Woche vielleicht gerade da ist, im Fünfer einfach einmal fangen für den Pokédex-Eintrag und dann ist gut und dann ist fertig. Aber sind das die Spieler, die das Spiel am Leben erhalten oder lebt Niantic ja eigentlich von den Leuten, die mehr machen, die mehr machen, erst werden die ganzen Spoofer gebannt, die am meisten Geld noch mit reinstecken, weil sie einfach immer an den Hotspots spielen und immer da sind, wo irgendwas los ist, die werden alle weggebannt, die Einnahmen gehen zurück, das Umsatzschwächste Jahr von Niantic folgt, Niantic sieht, was ist da denn los, wir machen keine Einnahmen mehr, wir müssen irgendwas tun, wir erhöhen einfach die Preise, sodass die Leute, die noch da sind, sagen, ich habe bisher immer reingecached, aber das wird mir zu teuer, jetzt rede ich auch kürzer, das ist auch nicht die richtige Taktik, die Superspieler werden gebannt, die Spoofer werden gebannt, alles wird weggemacht, reduziert, alles wird erhöht, alles wird teurer und jetzt bist du auch noch da reduziert, es wird sicherlich so kommen, wenn nicht, dann ist es richtig asozial, dass man jetzt die Spieler im Prinzip, naja, in dem Glauben lassen möchte, da irgendwas ändert, jeder drüber redet schon, dass man überlegt, das so zu machen, vielleicht ist Niantic auch wieder so drauf, sie machen da was und testen das, wie es ankommt und dann, wenn es nicht ankommt und es nur Probleme gibt, nehmen sie es wieder zurück, aber welcher gesunde Mensch, welcher gesunde Menschenverstand bringt einen dazu, überhaupt erstmal sowas zu machen, das regt mich gerade total auf, ihr wisst alle, wie sehr ich die Raidmania mag, Mittwoch ist immer mein absolutes Lieblingsformat, Raidmania, ich nutze die Raidstunde dazu, dass ich eine Stunde lang auf meinem Arsch sitze und eure Einladungen annehme, dass ihr unterwegs seid, dass ihr vor Ort als Gruppe, als sonst was zusammen eure Raids macht oder wenn ihr Hilfe braucht, Unterstützung braucht, unterwegs seid in der Raidstunde, da man sich da gut absprechen kann und versucht mich in eure Lobby dazu zu holen und dann kriegt ihr einen Raidmania-Punkt und dann nach einem Monat, der mit den meisten Raidmania-Punkten ist, der Gewinner darf das Kanalmaskottchen bestimmen, das machen wir schon so lange, das ist jedes Mal mega spannend, wer lädt überhaupt ein, wer schafft es ranzukommen, wer hat genügend Spiele am Start, wer verpasst es knapp, wer macht einen Punkt, das ist immer der Reihenfolge nach, für mich ist das eines der besten und genialsten und tollsten Formate in so einer Raidmania, spielen wir aber vielleicht 15 bis 20 Raids, das heißt, ich werde 20 Mal eingeladen in einer Raidmania und wir haben die ganze Stunde lang, eine Stunde lang Spiel, Spaß und Action, ich mache mir da zwei Glückseier an, ich raidet da und in den 20 Raids gucke ich immer, ist ein Shiny auch dabei, ist ein Hunderter dabei, wir haben schon so viele Highlights da auch gehabt, dass drei Shinies in einem Stream waren, dass ein Hunderter im Stream war, ich habe mich gefreut über die Interaktionen mit meinen Freunden, mit meinen besten Freunden, dass wir auch zu Glücksfreunden aufgestiegen sind dabei, das hat Spaß gemacht, das war toll und das war Zusammenspielen, nicht ich spoof mich irgendwo hin, nach Zaragoza, da ist Raidstunde, da sind überall Raids, ich schmeiße mich da irgendwo mit rein, spiele für mich, nein, ich habe ein Feature genutzt, was es offiziell in Pokémon Go so gibt, wofür ich auch Geld bezahle und auch gern bereit war, Geld dafür zu zahlen und Fanrates und die Pässe zu kaufen, um einfach Spaß zu haben und dass ihr mich einladen könnt, wir das zusammen machen können und jetzt, wenn das reduziert wird, es wurde ja im Code irgendwas gefunden, wahrscheinlich wird ein Fanrate-Pass statt 100 Coins dann 150 Coins kosten und man kann nur noch 6 Fanrates pro Tag machen, wie gesagt, manche machen nicht mal 6 Raids in der Woche, das heißt 6 Raids pro Tag, das sagen die, pff, interessiert mich gar nicht, dann gibt es aber die Leute, die machen 50 Raids pro Tag, weil das den Leuten einfach Spaß macht und warum werden diese jetzt begrenzt oder warum sollen diese überhaupt begrenzt werden? Hat jemand einen Nachteil, der nur einen Raid pro Tag macht, weil er kein Geld ausgeben will, gegenüber einem, der 50 Raids am Tag macht, weil er einfach sagt, ich brauche kein teures Auto, ich brauche kein teures Handy, ich brauche keinen teuren Urlaub, ich zocke mit meinen Freunden, wir machen das hier und so, wir wohnen aber alle weit entfernt oder nicht jeder hat mal irgendwas Zeit, er ist gerade auf Arbeit, hat Mittagspause, fragt, ey, hat gerade jemand einen Raid, wird fix noch einen mitmachen, dann lädt man einen, dann kommt auch irgendwas zusammen. Ich, Raidmania, absolut mein Lieblingsformat, sitze dann vielleicht da, die ersten 6 Leute, die mich einladen können, die kriegen einen Punkt und danach kann man mich nicht mehr einladen, dann geht gar nichts mehr. Das klingt doch schon total bescheuert einfach nur. Die Raid, und ich, ich, Raid, was soll ich machen? Ich, keine Ahnung, wenn ich zur Raidstunde rausgehe, stehe ich alleine an den Arenen, in anderen Großstädten mit Communities, mit sonst was, dann klappt das vielleicht, da gehen die Leute in der Raidstunde los, 10 Mann und machen da eine schöne Raidtour. Das haben wir früher gemacht, da sind wir mit dem Auto rumgefahren hin und her, das hat alles noch gepasst. Die meisten Leute haben aufgehört zu spielen, die meisten Leute machen gar nichts mehr, du selber bist dabei und willst dabei sein. Nutzt dieses Feature, spielst eine Jente Geld in die Kasse und jetzt wirst du dafür bestraft und das wird zurückgeschraubt, das ergibt alles für mich keinen Sinn. Raids für Zuschauer, das nächste Ding. Was heißt das bei Raids für Zuschauer? Wir machen regelmäßig Raids für Zuschauer, ich suche immer Raids für euch, ich werfe 10 Leute in einen Raid rein, ihr könnt zusammen den Raid machen, gerade bei Mega Latias, Latios zum Beispiel, war das auch mal dringend notwendig, denn was nützen euch dann irgendwelche Raid-Apps, wo halt einer hostet und 5 eingeladen werden, die sind dann zu 6, alle Level 30 und die haben es nicht geschafft, der Pass war weg, alles für die Cuts. So im Stream, ich saß da als Ansprechpartner, wenn einer nicht reingekommen ist, dann konnte ich mich darum kümmern, dann konnte ich den nochmal einladen, wenn die Lobby es nicht geschafft hat, dann konnten wir sehen, okay, wir waren nur 7 Leute, wir haben es nicht geschafft, wir holen noch 3 dazu, stellt euch an, zack, wird eingeladen, wird gemacht, fertig. Die Leute haben immer wieder gefragt, wie oft darf man denn mitmachen? Und wenn wir einen 12 Stunden Stream gemacht haben, dann habe ich gesagt, ihr könnt 12 Stunden lang theoretisch raiden, wenn ihr das wollt, wenn ihr Bock habt, wenn ihr sagt, von diesem Pokémon möchte ich unbedingt ein 100%iges haben und ihr wollt 500 Raids machen davon, dann könnt ihr das doch machen. Ich verbiete es euch nicht, das Spiel erlaubt es euch, euch muss klar sein, ist es euch das wert oder nicht und viele Leute hatten Bock, hat auch Spaß gemacht, da dann Leute gekommen sind, die mitmachen, andere sind gekommen, haben mitgemacht, dann haben die sich in der Lobby getroffen, gleich, ey, cool, gleich Interaktion mit dem gehabt, man hat die Zeit nebenbei gehabt im Chat, man konnte sich unterhalten, man konnte einfach am Sonntag zum Beispiel, war das jetzt in der letzten Zeit, immer 10 bis 15 Uhr Raids für Zuschauer, da war das so ein Sonntagstalk, man hat sich zusammengesetzt und viele haben nicht die Möglichkeit, die sagen, yo, ich gucke schon 3 Stunden aus dem Fenster, es geht kein einzigster Raid auf, bei dir weiß ich, ich kann hin und da gibt es einen Raid, da gibt es wirklich einen Raid, mal ist mehr los, mal ist weniger los, wenn weniger los ist, kommen die Leute, die mitmachen, aber öfter dran. Ich habe immer dann gesagt, wie oft darf man mitmachen, so oft, wie ihr möchtet. Was heißt das jetzt, wie oft darf man mitmachen, maximal 6 Raids, dann ist Feierabend. Was willst du aber machen, wenn du 5 Stunden hier sitzt und gefühlt keiner mehr mitmachen darf, weil es ja begrenzt wird und man einfach, wir drehen jetzt Däumchen, fertig, so, anders geht das nicht. Aber wie, warum, ich verstehe es nicht. Es hat niemand einen Nachteil dadurch, es würde einfach nur Geld an eine Yentik bringen. Normalerweise müssten sie ja sogar Fanrates günstiger machen, ja, und nicht teurer, einfach, weil das, äh, pff, sachlicher Scheiß drauf mit Gün, nein, egal, lasst das so, selbst wenn ihr es 50 Cent, äh, 50 Coins teurer macht, mein Gott, dann ist das auch so, aber begrenzt es nicht noch zusätzlich. Das ist alles komplett insgesamt richtiger Müll, was sie da machen. Und ihr fragt mich dann, hast du das gehört, wie ist deine Meinung dazu, wie findest du das, ich finde es absolut zum Kotzen und das ist wirklich so. Das ist was, was mich jetzt seit 2016 begleitet. Ich hab mit dem Kanal, mit der Community, mit den Leuten, mit der App, ich hab so viel Spaß und Freude gehabt, aus meinen Depressionen rausgekommen, hab Touren unternommen, wir haben die ganzen Sachen erlebt, die Community Days, sonst was, es war einfach mega genial, man freut sich immer wieder aufs Go-Fest, aber so viele Leute werden vom Spiel ferngehalten mittlerweile, so viele Leute hören auf, es wird trotzdem gefühlt immer kleiner und dann hauen sie jetzt sowas raus, was nochmal alles kaputt macht, in meinen Augen, für aktive Spieler. Jemand, der sich das runterlädt und einmal die Woche da was macht. Okay, jeder soll spielen, wie er möchte, aber warum wirst du dann in die Ecke getraden und es heißt, ihr müsst draußen raiden? Selbst wenn ich rausgehe und draußen raide, um meinen täglichen Pass zu verbraten, bin ich darauf angewiesen, dass ich 5 bis 10 Leute einlade, damit ich den Raid machen kann. Und die, das soll unterbunden werden. Wie stellt sich das mit Niantic denn vor? Nicht jeder wohnt in den USA, wo an jeder Ecke einfach 500 Leute an einer Arena stehen und zusammen den Raid machen, alle vor Ort und das war's. Ihr müsst auch auf die kleinen Rücksicht nehmen. Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der darauf angewiesen ist, damit er den Raid bei sich im Ort, an der Arena, vor Ort schafft, andere einzuladen. Ich kann den nicht alleine machen, außer ich stehe dort mit 5, 6 Accounts, mit 5, 6 Handys, dann kann ich den alleine machen. Aber das ist ja wieder gegen die Nutzungsbedingungen, gegen die Richtlinien. Das ist verboten, das wird bestraft sogar, unter anderem. Also darfst du das nicht, darfst nur ein Handy, schaffst du nicht, brauchst du andere. Spielt keiner mehr, kannst du nichts ändern. Was kannst du dazu? Lädst du ein, ist nicht gern gesehen, darf nicht gemacht werden, macht für mich absolut gar keinen Sinn. Meiner Meinung nach hätten sie Fanrates ja noch abändern können, dass sie wirklich sagen, Fanrates nur noch über Einladungen. Jetzt denkt man, ja klar, ich werde eingeladen, also brauche ich einen Fanrate-Pass. Wie soll das denn auch sonst gehen? Aber nein, wenn der Jentik möchte, dass die Leute öfters rausgehen und sich mal bewegen, dann hätten sie die Fanrates wirklich so programmieren sollen, die Fanrate-Passe, dass ihr die nicht nutzen könnt für eine Arena in eurem Umkreis, wo ihr zu faul seid hinzulaufen, sondern dass die nur noch funktionieren, wenn euch jemand einlädt zu einer Arena in einer ganz anderen Stadt, wo ihr gar nicht die Möglichkeit hättet, zu raiden oder hinzumachen. Gefühlt, ja, haben die Fanrates ein bisschen was kaputt gemacht vom Feeling in der eigenen Stadt, denn wenn ich gesehen habe, an der Kirche geht ein Raid auf, ich poste ihn in die Raid-Gruppe, ich sage, ich mache den Raid 14 Uhr, wie sieht es aus? Und früher haben sich dann 4, 5, 6 Leute an der Arena getroffen durch die Fanrates, haben manche gesagt, ich mache mit per Fanrate. Brauchst du nicht einladen, ich komme ran. So, ich wohne auf dem Markt, der andere, der mitmachen will, wohnt auch auf dem Markt, ich kann die 5 Meter zu dem Raid hinlaufen. Der andere macht das nicht, der ist dann faul geworden, der hat sich darauf ausgeruht, dass er nicht die 5 Meter aus dem Haus geht, dass er vom Sofa aus einfach seinen Pass da reinwirft in die Arena und das war's. Dass das dann natürlich das Feeling ein bisschen kaputt macht, weil du dadurch alleine an der Arena stehst und keiner mehr dorthin geht, das ist Mist, das ist Quatsch, das ist blöd, ja. Da hätte man das abstellen müssen, dass man nicht mehr, wenn man den Raid in der Nähe hat und wenn man den Raid sieht, dass man dann eben hinlaufen muss, denn wenn ich ihn in der Nähe sehe, dann ist er ja in der Nähe und dann habe ich, wenn ich weiß, der geht in der Stunde auf und ich muss nur über die Straße gehen, dann habe ich ja die Zeit, mich da hin zu begeben und dann treffe ich dort vielleicht auch andere Leute. Ist doch super. Wenn aber keiner in meiner Stadt spielt und ich da hingehe und stehe da alleine, kann gefühlt aber auch eigentlich keinen mehr einladen beziehungsweise spielen nicht, spielen viele nicht so oft und so intensiv und dann weißt du, du hast Leute in der Liste, die nehmen immer an, die gehen immer rein, die fragen auch, hast du noch einen, hast du noch einen und dann darfst du mit diesen Leuten nicht mehr spielen. Dann darfst du die nicht mehr einladen. Dann kann's, dann passiert nichts mehr. Das verstehe ich nicht. Ihr hättet das ruhig umändern können, Niantic, ja, Heroes, Niantic, ihr hättet das umändern können, dass Raids, die man in der Nähe hat und die man sieht, man nicht mehr per Fanrate betreten kann, nur noch, wenn man vor Ort ist und Fanrate-Pässe nur funktionieren, wenn jemand dich einlädt, sodass einer in Berlin einen in Dortmund einlädt und man einfach weiß, ey, den hab ich damals beim GoFest getroffen, wir haben uns angefreundet, wir schreiben oft über WhatsApp, Telegram, hin und her, ja, der ist heute unterwegs, macht ein paar Raids bei sich und will mich zu jedem einladen, ich unterstütze ihn, ich helfe ihm, super Sache. Gerade jetzt, wo Rayquaza kommt, ist ein Raid, den kann man gut im Duo schaffen, zu zweit schaffen, mit zwei Accounts selber darfst du ja nicht spielen, also wenn du einen hast und am Wochenende dich mal verabredest, ich geh los, wenn ich einen hab, lade ich dich ein, wenn du einen hast, lad mich ein, wir zusammen machen das, Bros for Life, yo, nein, ihr dürft dann nur sechs Stück machen und mehr ist das dann nicht und das nimmt die Fahrt raus, nimmt alles raus und kann ich absolut nicht nachvollziehen, was das sein soll, was das bringt, was Nayendik sich dabei denkt, meistens denken sie wahrscheinlich gar nicht, weil sie irgendwas machen und wundern sich dann wieder, warum es den Berg ab geht, warum es den Bach runter geht, warum nichts mehr passiert, hä, wir haben doch jetzt den Pass teurer gemacht, dann müssten wir doch jetzt mehr Einnahmen haben, nein Nayendik, ihr habt euer Gehirn einfach verlegt und werdet immer bescheuerter und ich verstehe es nicht, ich würde gern, ich bin so froh, dass ich kein Partner bin, aber ich würde so gern einfach mal wirklich eine Anlaufstelle haben, wo man einfach mal so richtig, leider bin ich kein Twitter-User, sonst wäre das wahrscheinlich einfach, Heroes Nayendik und dann schon sehen die alles und hören alles, was ist eure Meinung dazu, sagt ihr, ich raide eh nicht, mir doch egal, oder sagt ihr, ich raide, aber ich habe eine super Community vor Ort, wir schaffen das alles vor Ort, wir brauchen gar keine Fan-Rates, oder sagt ihr, ich habe hier nichts, ich bin auf Fan-Rates angewiesen und ich möchte auch viel raiden, das ist es mir wert, aber wenn ich hier nicht mehr klarkomme und nicht mehr eingeladen werden kann, dann muss ich anfangen zu spufen, denn dann kann ich einfach meine Premium-Pässe in Saragossa in die Arena werfen und dann ist das scheißegal, dann spiele ich für mich alleine, dann brauche ich niemanden mehr, dann kann man das so machen, aber dieses mit seinen Freunden zusammen raiden wird damit unterbunden. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mal rein, ein kleiner Real-Talk, was weiß ich, und ich muss heute noch tausend Sachen machen und aufnehmen und fürs Wochenende alles, ich bin Freitag bis Sonntag, Freitag bis Monat nicht da, Donnerstag den ganzen Tag da nur am Stream, das ist Leidenschaft bei mir, ich mache das gerne, deswegen steigere ich mich auch da so rein und reg mich da auch total auf und ich will die Höhentour global spielen in München mit Hannes, Genaya und Pupsi, da freue ich mich drauf und jetzt kommen die mit so einem blöden Scheiß um die Ecke, das kannst du keinem erzählen, das war es jetzt von meiner Seite aus, guckt euch nochmal das Kanal-Maskottchen an von Julchen, weil die die Raidmania gewonnen hat letzten Monat, hat die bestimmt, dass das jetzt das Kanal-Maskottchen ist, ja aber dann, dann gibt es halt keine Raidmania mehr, dann gibt es halt keine Raids für Zuschauer mehr, dann gibt es halt nur noch Ramses Kitchen, wie ich da sitze und trinke Cola und esse Burger und das bringt euch bestimmt viel mehr, als wenn wir zusammen ein Spiel spielen könnten, was uns Spaß macht und uns zusammen geführt und gebracht hat und nein, scheißt auf Pokémon Go, genau, so macht Niantic doch auch so, so, Peace out, vorhaut, euer Ramses.